Robert Packington wird um das Jahr 1489 in Worcestershire geboren. Er arbeitet in der Mercer's Company, eine der zwölf großen Zunften Londons, und exportiert Kleidung für sie. Er schreibt einige Artikel im Namen der Textilhändler, die dem Parlament präsentiert werden, doch seine Statements darin werden als kirchenfeindlich angesehen. 1533 wird er selbst ins Parlament gewählt und wieder macht er als kirchenfeindlich eingeschätzte Äußerungen. Am nebligen Morgen des 13. November 1536, Packington ist etwa 47 Jahre alt, Vater von fünf Kindern aus erster Ehe und zum zweiten Mal verheiratet, geht er von seinem Haus aus über die Straße zur Kirche, als er plötzlich aus dem Hinterhalt erschossen wird. Der Täter kann nie gefunden werden, aber es wird gemutmaßt, dass die Tat etwas mit Packingtons Einstellung zur Kirche zu tun hatte. Er gilt als die erste Person, die in London mit einer Handfeuerwaffe getötet wurde. Für mehr und vor allem auch längere Kriminalfälle schaut mal auf meinem Kanal vorbei, nicht nur wenn es dunkel wird. Bis gleich!